Set y'go! Heyho! Hier sinds wieder. Kommen zurück in Cube World. Der wunderschönen Blockwelt. Ja, wir haben uns mal wieder einen neuen Seed ausgesucht, nach der letzten Folge. Und zwar was mit mehr Biomen. Hoffen wir jetzt mal jedenfalls. Zumindest die Karte sah sehr vielversprechend aus. Ja. Und ja, ne komplett neue Map. Hier sind schon mal neue Blumen, wo ich noch keine Ahnung hab, was das hier sein soll. Äh, woran wir denn zuerst sind? Ich würd sagen zuerst zur Town, oder? Achso, ja, stimmt. Das ist in die Richtung. Okay. Aber danach möchte ich in die Lava. Ja, ja. Kriegst du noch deine Lava? Keine Angst. Ich glaub, ich ändere mein Schwert dann auch nochmal. Oh, gibt's eigentlich? Achso, ich kann dir nachher auch übrigens mal viel Zeug geben. Ich hab beim letzten Mal so viel gefunden. Okay. Ist natürlich nice. Ja. Aber dass wir überhaupt vielleicht mal allgemein ein bisschen mehr so in Höhlen schauen und so. Naja, das können wir gern machen. Achja, und jetzt kann ich's ja nochmal vor der Kamera sagen. Beim letzten Mal hab ich so einen Mega-Boss gesehen, als ich alleine gespielt habe. Der war, ja, baumhoch. Und hat die Umgebung schon zerstört. Also, kann ich nur empfehlen. Also, Schabo macht ja, Schabo macht ja alleine auch immer so ein paar Folgen, weil er ja ein bisschen hinten ist mit dem Leveln. Deswegen hat er ein bisschen allein gezockt. Geh. Ja, ja. Willst du mir nicht helfen? Ich dachte, ich kill hier noch so ein bisschen was nebenbei. Was? Hey, was? Was? Wo? Du bist ja ewig weit weg. Der trinkst... Du Schwein! Warte auf mich. Ja, ja. Ich greife ihn nicht an. Wo bist du? Da ist... Es gibt eh nur ein XP. Oder fünf. Siehste mal, ja. Ho, ho, ho. Warte, das Teil nehme ich noch mit. Was will ich schon sagen, wenn du was angreifst? Ich dachte, du hörst das. Nee, irgendwie nicht. Habe ich ja mal einen Raccoon. Wollen wir den auch machen? Ähm, den könnte ich sogar taenen. Warte mal, warte mal. Mit was? Wie ging das nochmal? Mit Chocolate Cake kann man den taenen. Echt? Ja, pass mal auf. Ich will den haben. Halt ich das jetzt? Komm her. Ja, komm. Oh. Ja, voll süß. Wie sieht er seinen Bauch raus? Jetzt habe ich einen 8. Level 8 Raccoon. Geil. Cool. Ich will auch so rein. Das ist bestimmt voll geil. Warte, kannst du auf den auch reiten? Nee, auf den kann man nicht reiten. Oh, aber der ist bestimmt sau stark. Ja, das werden wir jetzt mal sehen. Aber ich wollte auf jeden Fall mal die Chocolate Cake loswerden. Da habe ich mich nämlich beim letzten Mal ein bisschen informiert. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Da. Hier in die Richtung. Das. Squirrel. Squirrel! Weiter. Das ging aber schnell. 10 XP, also sowas lohnt sich schon. Ja, das ist nicht schlecht. Äh, wir gehen auch in die richtige Richtung, okay. Also ich höre Zeug. Hey, was ist hier los? Da, ein Zauberer. Magier. Ah, da sind ja noch welche. So, geht doch. Also ich habe noch, ich habe einen Lollipop bekommen. Das ist cool. Das ist aus dem 10 nehme ich mal schnell einmal. Wahrscheinlich, ja. Ich habe einen Formular für einen Mage. Habe ich eigentlich was für dich? Ich werde irgendwo schlafen gehen. Was ist das? Tuga City. Tegor City. Meinst du in den Innerein? Ich gucke gerade nur. Ach, hier war eine Truhe, wo nichts drin ist. Du 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 du. Was könnte denn Lollipop sein? Vielleicht für ein Schwein? Ne. Ich will hier kein Schwein haben. Keine Ahnung. Das ist eh sehr willkürlich gewählt. Lass ich mir immer durch die Wiki helfen. Also Karotten und Hasen macht ja noch irgendwie Sinn, aber... Der Rest ist halt... Ja, das ist ja schon fast so einfach, ja. So. Ähm. Inn. Da ist ein Inn. Ah, das ist weit weg. Ah, dann gehe ich da hin. Ah nein, da hinsen sie auch eins. Ich habe erstmal zum Beutel. Achso, ja. Dann können wir vorher nochmal ein bisschen tauschen. Ja. Alter, ich laufe so langsam, Mensch. Äh, Beutel? Was habe ich noch? Den Augen verloren. Ah, jetzt bin ich schon vorbeigerannt. Ich Dummi. Ach, da ist es doch. So, ah, hier. Da sind wir. Warrior. Mage. Genau. Und es gibt keine bessere Waffe. Es gibt eine Waffe. Ja, pass mal auf. Ich schieb dir mal grad ein bisschen rüber. Also Eisen brauchst du? Brauchst du auch Silber? Und Gold? Äh, pff. Alles her, wenn du es nicht brauchst. Ich weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst. Warte. Oh Gott. Was ist das? Gold. Dann habe ich noch Silber. Emerald. Also wenn du was brauchst, dann kann ich dir auch gerne was geben wieder. Wofür sind die Emerald Nuggets? Kann ich die gebrauchen? Die brauchst du, glaube ich, zum Craften teilweise für bessere Waffen. Das ist für die grünen Sachen, ne? Ja. Super das. Und Ice Spirit ist zum Verlangsamen, oder? Äh, ja. Die kannst du auf deine Waffe draufhauen. Nice. Das hebe ich erstmal auf. Ich hab hier noch so ein Formular für Mage. Brauch ich auch nicht. Ich hab schon fast ein Gold. Wow, krass. Ich bin bei 17 Silber. Ich bin bei 79. Oh, ich hab was cooles, seh ich gerade. Das darf ich nicht verkaufen. Wind Spirits. Ach, es gibt auch mehr Angriffstempo, oder? Wo sind hier die Crafting Districts? Hinten. Das weg. Das ist auch geil. Hey, ich hab so richtig gute Sachen, ohne dass ich's wusste. Geil. Da ist eine Spawn-Statue direkt im Furnace drinnen. Geil. Fair Iron Fist. Die könnte ich machen. So, das hat sich gelohnt sogar. Sind die besser als die, die ich hab? Sind bestimmt besser. Was hab ich denn? Ich hab gar keinen Iron Fist gerade an. Warum hab ich keine Fists an? Jetzt. Damage... Die macht Damage 82 und 8,3 und die machen... Damage 82, so viel? 2,8 mein ich. Oh, das macht... Oh, das ist ja richtig geil hier. Oh, das ist ein richtig geiler Iron Fist. Dafür bräuchte ich aber Iron Cubes. Ja. Kann ich da welche machen? Oh, hier hab ich 20. Wo haben wir denn hier das Spinnrad? Ist das nicht auch hier um die Ecke? Bei dem Schneider, denkst du, das ist bei der Schere, glaub ich. Oder? Nein, hinten, oder? Nein, doch, glaub schon. Wo haben wir denn die Schere? Du kannst ja bei dir in der Map ranzoomen, dann siehst du es auf der Mille mit oben auch rangesoomt. Mit den ganzen Zeichen und so. Achso, ah, da. Ich hatte einen Woodcube für dich. Oh, das ist natürlich nice, aber ich mach mir jetzt grad mal hier das Zeug und dann werde ich gleich nochmal meinen Bogen ein bisschen aufbessern. Jo. Yay. Wenn das so klimmt, krieg ich immer zwei, ne? Kling, kling. Oder drei, gibt's auch. Echt krass. Ich mach mal jetzt hier voll die Requires Anvil, Alter. Ich mach mal jetzt übelst die geilen Fists. Boah, die sind richtig nice. Boah, krass. Was ist das hier, grün? Ah, will ich das? So, achso, hier kann ich Waffen machen wahrscheinlich, ne? Ich will halt nicht immer meine ganzen Schwerter aufbessern und so, weil ich krieg immer so schnell bessere. Also ich bin mir da auch noch unsicher. Jetzt hat er mir die ganzen Sachen weg. Weil ich da auch noch so wenig Überblick habe. Okay, das lass ich jetzt erstmal. Gibt's hier nur irgendeinen guten Bogen? Oh, das ist plus 26. Oh, das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Aber ich möchte keinen Boomerang. Verdammte Scheiße hier. Dann kann ich den Minus Bird da gar nicht drauf machen. Ne, ich lass das erstmal. Ich glaub, ich lass das auch einfach mal. Ich hau an meinen noch die Wood Cubes dran. Ich hab irgendwie nur eine Hand gerade, seh ich. Siehst du meine linke Hand? Warte. Ähm, ne. Ach, man braucht auch nicht zwei Hände. Ich glaub, die geht einfach durch den Körper zum Schwert. Ich glaub, so soll das animiert sein. Hoffma's mal. Ja, einarmiger Bandit tut's halt auch. Und ich glaub, ich soll wieder Wasserflaschen kaufen. Wie kann ich nochmal den Bogen drehen? Ich glaub, es sieht dann los. Mit mittlerer Maustaste. Ach so, mittlerer. Ich muss halt trotzdem die Maus wechseln hier. Ah, so. Wunderbar. Naja, schön wird's nicht, aber... Das geht schon. Eins, zwei, drei, vier. So. Jetzt sieht er... Ach, Schimmer-Mushrooms. Es sieht immer wieder gleichmäßig aus. Fast. Ich hab Schimmer-Mushrooms. Was braucht man denn die, bitte? Immerhin Damage um einen halben Punkt erhöht. Davon hab ich auch ganz, ganz viele. Ich glaub, damit kann man wahrscheinlich essen noch oder so. Irgendwann. Aber ich behalte die erstmal, die Leuchten. Die Kerzen und alles. Genau. Okay. So, was kauf ich noch? Ähm. Ich glaub, die Flasks hab ich sogar noch voll. Ich hab jetzt nochmal alles voll gekauft. Äh, Water Flasks. Ne, Glas Flasks, genau. Ja, ich hab eigentlich alles. Ach so, Moment, ich könnte noch diesen... Wie baue ich denn den Ice Spirit da dran? Äh, den... Der wird oben links angezeigt, wenn du dran bauen kannst. Aber ist halt die Frage, was für ein Power dein Schwert hat und was für ein Power der Ice Spirit hat. Ach so, ja. Sonst geht's nicht. Nö, das geht alles nicht. Okay, dann bin ich ja auch fertig. Gut, warte, ich schau noch kurz. Fertig. Da hab ich alles leer. Da hab ich noch ein bisschen was drinnen. Ja, ich glaub, ich bin auch fertig. Ich mein... Gut. Das Schwert passt schon, oder? Das ich hab. Ja. Ja, also es ist ja... Was machst du für ein Damage? Wie viele Punkte hat das? Das Schwert hat jetzt 7,6. Echt? Hm. Ich hab auf dem Bogen 14,5. Ja, ich greife auch schneller an. Ach so, okay. Gut. Ja, sind wir dran soweit? Ich möchte jetzt in die Lava. Äh, ja. Das heißt nach Westen. Westen. Aber warte noch kurz resetten. Hier beim End. Ja. Damit es nicht dunkel wird. Wir wissen ja beide, wieso ich die Dunkelheit liebe. Ist doch cool. Weißt du, wenn du so gar nichts siehst? Moment. Ich geh hier aber grad nochmal pennen. Bisschen Leben auren. Ja. Und mein Waschbär schaut mir dabei zu. Der sieht echt witzig aus. Ich glaub so ein Waschbär... Wenn der auf zwei Beinen steht. Voll unfair. Wo war er denn hier? Ah, da. Ich hab noch kurz sklafen. Ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen einfach nach Westen. Wie langsam das geht. Naja. Ich frag mich halt, ob die Regeneration dafür ist. Es gibt ja so Regeneration Points, ne? Auf den Waffen und allem. Achso. Ja, ich weiß. Ich glaub, das war irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr ganz. Ich bin voll der Noob. Ich weiß gar nichts hier. Ich weiß auch nicht mehr, also. So, was haben wir hier? Achso, das sind Pineapples. Ja, nehm ich mir trotzdem noch ein paar mit. Brauch ich. Brauch ich gar nicht. Was mir so im Weg ist, nehm ich nochmal mit. Ich glaub, die brauch ich nicht. Warte, hab ich doch noch genug Essen oder so? Schau mal grad. Ah, ich hab noch 50 Pumpkins. Das dürfte reichen. Nicht so schnell, du rennst wieder von. Ja, ne, ich muss hier die Hardflowers einsammeln. Na Gott, es sind gleich zwei. Oh, da war ein Maschum. Für ein Maschumsspitz. Alpaka! Man merkt das jetzt schon. Ich mach schon 60 Elemente. Da wirst du vielleicht mal auf mich warten. Ich hab auch XP. Achso. Oh, was ist das denn? Hier ist ein Lamentar. Das ist alles alleine hier. Unglaublich. Dafür hab ich jetzt keinen Erfahrungspunkt bekommen. Ja, mehr kann man nicht. Und hier auch nicht, ja. Hast du grad einen Bogen aufgenommen? Frage ich mich allerdings. Äh... Obwohl, der ist plus 1. Ja, hab ich. Ja. Der ist natürlich extrem gut. Ja. Ich hatte nur das Symbol kurz gesehen. Nun gut, rennen wir mal. Schon ziemlich weit eigentlich, ne? Huch. Ja, das geht schon. Haben wir mal eine größere... Warte, wir können mal schauen, ob irgendwelche... ...so Schwerte auf dem Weg sind. Ne, gar nicht. Es ist so wenig, ne? Also... Der Seed hat nur versprochen, dass hier viele Biome sind. Ja. Aber jeglich bei den gekreuzten Schwertern sind so Tagesmissionen. Und da kriegt man halt dann auch die Platinum Coins, die wir dann mal irgendwann... Achso, okay. Nur bei den Schwertern, ja? Ich glaub schon. Guck mal, das ist ein Raccoon. Willst du einen haben? Ja. Warte, was brauchst du dafür? Chocolate Cake. Hab ich da noch einen? Ich hab Salted Caramel, Lemon Tart, Melon Ice Cream, Lollipop, Waffel und... Ne, hab ich nicht. Ne, das mögen die alle nicht. Au, ey! Dann, 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 dann! Alter! Was hab ich mein Sklum sonst gemacht? Den verprügelt haben. Aber die ging richtig nice XP irgendwie auf einmal. Ja. Für so ne Kuh 5 XP, das ist so übertrieben. Na gut, wir werden jetzt doch schon höheres Level, da muss es ja irgendwann mehr geben. Ja, ja gut, das stimmt. Du bist einfach mit mir vorbeigeflogen. Was ist das hier? Hast du's noch ein Pferd? Ich dachte mir grad so. Stirb! Nice. Oh, da rechts sind... ...Gegner? Nur mal auf die Map gucken, man sieht immer noch nichts. Ja, das sind gute. Ja, das werden wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen unterwegs sein. Oh! Oh! Sind wir nicht mit dem Auto gefahren? Ja, das wär cool. Aber hier fährt auch kein Bus, ne? Das ist wie im Dorf. Vielleicht kann ich mal reiten. Was? Ich hab zu viele von den Items. Hier, heb mal auf. Ja, das kann gut sein. Davon hab ich noch nicht viele. Dass ich die nehmen kann. Oh, Chicken! Zwei. Achso, zwei. Ich dachte schon, da steht fünf oder so. Was, 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 wo? Was okay bei dir? Ja, ja. Ja, meins ich komm nicht gegen so ein Hühnchen an. Ach guck, da sind die Mr. Krabs und alle. Die sind plus zwei. Alter, die sind plus zwei. Hart. Plus zehn. Ich hab meine zehn Erfahrungspunkte. Hier ist noch einer. Äh! Hör doch nicht weg. Ich weiß nicht, wie ich verlaufe, dass du nicht stirbst. Oh ja. Danke für den Tipp. Es geht manchmal so schleichend. Manchmal achtet man gar nicht so auf den... ...den Balken. So, hier ist der... ...dieser See, aber... Nein, ganz weit weg seh ich nen Schwert jetzt. Oh, da kommen wieder Splitter. Pass auf. Als Ding, Splitter kaputt machen. Erstens, Splitter. Ja. Was? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich war einmal gestunnt und war sofort tot. Die sind heftige, die plus zwei. Rennen wir mal in eine Richtung. Ja. Sehr gerne. Das Splitter regt ja auch auf. Mein Raccoon ist auch tot. Ausweichen. Au. Oh, hier das will ich dann... Geht ja. Nix wie weg hier. Ja. Kann ich nicht sein. Ach so, du isst noch. Ja, das ist eine gute Idee. Was habe ich denn hier noch so? Mal die kleinen Sachen verbrauchen. So ein Mushroom-Spit halt, was mein ganzes HP... Hä, wie viel gibt der dir? Du hast wahrscheinlich wieder die stärkere Variante davon. Ich habe die... Warte. Die... Plus 26, 342 halt das. Na, ich habe noch die plus 10er. Oh. Das sind... Viecher. Wenn du halt nix trifft. Ich bin auch mega weit weg. Aber ich dachte, ich musste ja treffen, bevor du mir hier die ganze Erfahrung wieder klaust. Würde ich nie machen. Oh, Schwein. Aber wir gehen nach Süden übrigens. Aber da ist halt der fette See. Guck mal, da sind mehrere Witches. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Meist sind die gut. Ja, guck mal, die kämpfen... Oh, oh. Verdammt. Was? Nein. Oh, was machst du? Steffs greift mich an. Nein. Die gehen aber nice XP irgendwie. Ja, ja. Das ist das... Wenn man irgendwie nur so eine Crab oder so einmal zieht. Wollen wir jetzt hier an der Seite um den See rumgehen? Ich glaube schon. Also, ich will nicht durch den See durch. Ja, aber hier können wir schon hochgehen. Aber hier sind noch zwei Splitter. Da will ich aber nicht... Hier sind so viele Splitter. Da will ich nicht hingehen. Ja, dann komm doch hier hoch. Hier ist nix. Sicher? Ja. Außerdem laufen die Witches hier lang. Also, ich vertraue denen. Können die sonst? Ja, normal schon. Zumindest die in dem schwarzen Gewand. Oh, da sind Splitter, die gleich hochkommen, glaube ich. Ja, machen wir sie fertig oder sollen wir rennen? Da kommen sie. Da kommt einer. Ja, oida. Ich bin tot. Ich bin tot. Oder? Nein, bin ich nicht mal. Raccoon, mach sie alle. Was machst du? Oh, ich laufe. Ich laufe. Nein. Wo bist du? Ich bin hier neben dir. Warte. Wechsel kurz zu Potions. Trinke eine. Meine Fresse. Oh, da kommt noch Kiecher. Oh, ich bin tot. Oh, das war knapp. Er hat mich verfehlt. Oh, renne lieber ein bisschen weg. Na, ich bin... Nein, Katze. Katze. Wo bist du? Oh, ich bin im See gespawnt. Das ist ja herrlich. Achso, du bist tot. Ich bin mitten im See. Super. Wo bist du? Wow, da. Rennen, Katze. Ja. Ich renne einfach ganz außen rum. Naja, ich... Alter, ich werde schnell wieder beschossen. Versuch irgendwie nach Westen rauszugehen, wenn es geht. Oh, man glaubt, es sind noch Wölfe. Auf dem Weg. Wo bist du denn? Ich muss gerade nochmal gucken beim Laufen allerdings. Oh, du bist weiter südlich. Okay, wir dürften uns ja irgendwann wiedersehen. Ich laufe ein bisschen vom See weg und dann... müsste ich dich gleich wieder im Sichtradius haben. Gott. Wie weit die Crabs sich da verteilt haben. Und in den See. Naja, die sind mega fies. Puh, ich glaube, ich fress kurz was. Ah, da bist du ja. Naja, ich gucke gerade, ob hier noch irgendwelche Viecher sind. Hier sind noch Dry Crabs. Soll ich sie mitnehmen? Ja, wenn du das schaffst, alleine mach mal. Da so zu dir halt. Achso, ja. Wenn du in meine Richtung rennst. Ich stelle mich auf den Berg und beschieße sie. Wo bist du denn? Ich komme. Ich seh dich nicht. Hier unten. Ich treff nix. Jetzt hab ich mal getroffen. Das ist ein bisschen weit. Jetzt geht's los hier. Boah. Das hat sich aber gelohnt. Left Overs plus 51. Nice. Oh, das ist nice. Das lobe ich mir. Zu 30 XP einfach mal schreit. Ja, ich mein, so zu Loot sage ich nichts, ne. Hab ich bisher heute auch wenig gesehen. Aber ist ja kein Problem. Alter, hier ist noch mehr Crap. Hast du einmal getroffen? Ja, ja. Alles gut. Nein, ich hab fast ein Level ab. 16 XP brauch ich noch. Ich brauch noch 105. Oh, das ist noch mehr Crap. Nein, ich hab schon. Nice. Einbruch. So. Alter, ich möchte jetzt Lava sehen. Ja, Westen. Falsche Richtung. Du gehst nach Norden, gell? Das wusste ich. Ja, dann. Genau, wir können mal gucken, ob er in den Bergen vielleicht noch eine Höhle ist oder so. Ja, genau. Einer Alpaka. Oh. Ja, das macht nichts. Der war schnell tot. Sind das Gegner oder? Nein, ich hab mich verdrückt. Nein. Ist da was drin? Das ist eine krasse Höhle, ja. Ey, hier ist ein Bogenschütze. Ach, die sind aber gut. Ja. Muss doch irgendwo eine Höhle sein. Ah. Gehst du gleich wieder nach unten. Ja, ja. Das ist geil. Wenn du gerade nach vorne läufst, dann stirbst du wahrscheinlich. Ja. Ne, keine Höhle. Na, ich glaube, ich schlaf mal kurz. Das geht nicht. Schade. Ich dachte, da kann ich schlafen. Ne, leider nicht. Ja. Ach ja, ist das weit. Auf der Karte sah das nicht so weit aus. Ich seh nichts, ne? Alleine sind Crows. Easy. Easy. Ich hab's sogar getroffen. Krass. Oh, zwei XP brauche ich noch. Duos. Das sollte noch schaffbar sein heute. Ja. Ich brauch noch fast 100, ey. Na gut, du hast aber eh schon viel aufgeholt jetzt. Ja, ja, aber ich meine, das klappt ja auch so gut, weil ich ja die starken Viecher mit dir direkt gekillt habe am Anfang, ne? Ja. Deswegen geht's ja wesentlich schneller. Alter, ich komm den Berg nicht rauf. Oh, hier ist, ist das, ne, ist kein Schnee, oder? Ne, aber schaut irgendwie so Karl aus hier. Ja. Ich hör mal Zeug. Das sind, äh, böse hier, gell? Willst du angreifen? Lass sie flankieren, ja. Oh mein Gott. Level auf. Yay. Kommst du klar da? Naja. Nice. Ich hab heute meinen ersten Loot bekommen. Jetzt komm. So, dann fress ich mal grad was. Was level ich denn jetzt? Vielleicht Hang Gliding, dass ich das mal krieg. Bist du schon bei, äh, Climbing soweit? Ne, ich, da hab ich noch null halt. Okay, gut. Dann muss ich mir kein schlechtes Gewissen. Aber ich hab mir Hang Gliding schon gekauft. Das heißt, ich glaube immer Hang Gliding. Ja. Learn. Gut, aber dann würde ich sagen, wir haben's schon wieder für die Folge. Yay, endlich. Endlich Ende. Endlich sind sie weg, die Spasten. Ich hab noch keine Lava gesehen. Ja, gut, aber nächste Folge schon. Da hinten ist eine Burg. Ja. Ja, das ist doch mal ein super Ende für diese Folge. Ja schon, mal wieder hier ein nice Cliffhanger. Da, siehst du? Oh, wie fett. Wo warte ich, ich seh sie. Da, stimmt, cool. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, das machen wir nächste Folge. Genau, wisst ihr Bescheid, Leute. Also, vielen Dank, dass ihr mal wieder dabei wart. Und ja, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.